Hallo und herzlich willkommen bei eurem GameTeddy und einer weiteren Runde TTT. Mit dabei habe ich Blödergestalt, Eintouch und Kim. Mein Haus wurde bereits geplündert. Ja, ich und ich renne hier ohne Waffe herum. Oh Gott. Cool, ich bin Traitor. Alles klar, er schießt ihn. Wo seid ihr denn? Hallo, gib mir doch den. Bringt ihr noch um. Bringt ihr noch. Ich habe eine Waffe, so. Oh. Geh doch auf, du blöde Tür. Keine echte, aber... Ich wollte gerade sagen. Okay, Markus ist ungefährlich. Ja, noch. Noch. Ich habe einen Panzer. Ich komme nicht raus. Scheiße. Hast du überhaupt das gelernt, Eintouch? Ich glaube, Kim ist es. Ich habe eine Panzerfahrausbildung bekommen. Oh, das war eine 10. Was war eine 10? Hier ist so eine Zielscheibe. Äh. Hä? Kann es sein, dass es hier auf dieser Map ziemlich wenig Waffen gibt? Ja. Das hat so ein bisschen... Und die meisten... Die meisten Waffen sind, ähm... ...alt, ähm... ...Gewehre. Huch. Ich wollte... Markus. Markus nimmt ein Gewehr auf. Ich habe eine Waffe. Ich werde sie benutzen. Komm hierher her. Ich habe eine USP. Sieht gut aus. Warte, warte. Der hat mir Schaden gemacht mit seiner Waffe. Komm her, du. Oh, oh. Das Bomben gab es die. Oh, Leute. Ich habe eine Waffe bekommen. Ja, gern geschehen. Ich habe dich zu einer Waffe gebrüht. Dankeschön. Manche Leute muss man einfach zu ihrem Glück zwingen. Ja. Markus, verschwinde da. Ich will doch nur verfallen. Ach du, die war hier, ne? Guck mal, da hast du gerade noch ein paar Drohnen für. Hey, das Zielscheibe. Alter, hast du die Zielscheibe hier schon gesehen? Ich muss mich zwischen einem entscheiden. Was? Okay. Ja. Die kann ja eine Leiche von einem Game, oder? Die kann ja eine Leiche. Dann sagt das doch. Ja, was ist das eine Leiche? Ja, ich habe schon gesehen. Ja, ich habe schon gesehen. Ich habe nicht da. Es muss die schlechten Witze. Das hat sich jetzt komisch angehört. Aber irgendwer muss es ja machen. Ja, eben. Heißt es ein unbeliebter Job, aber einer muss ihn halt machen. Ja, so ist es. Hallo, Bolle. Und Peng. Autsch. Der war gar nicht mal so schlecht. Was denn? Oh, oh, oh. Irgendwie hat er eine große Kriste. Autsch zielt auf mich. Er trifft aber nicht. Au, ich häng. Hat er auf dich geschaut? Er zieht auf mich, ne? Autsch. Das war ziemlich knapp. Ich habe ihn im Visier. Ja. Schieß ihn weg. Warum schießt der aufs Auto? Ah, schön ist ein Panorama. Ah, ist das toll. Hast du ihn gerade weggemacht? Ja. Nein, habe ich nicht. Alter, ich bin tot, ich bin tot. Er darf nicht mehr reden. Das war random. Oh, ich würde ihn gerne anschießen, jetzt. So richtig, oh. Ich glaube, Kimi ist da oben am Dach. Kann das sein? Nee. Hey, Alter, jetzt hier ist eine Leiche. Was? Wo, wo, wo? Hier, 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 hier. Guck da. Warte mal. Mann, ey. Mach doch kein T-Back. Das geht nicht. Ich kann die gar nicht aufnehmen. Scheiße. Das ist krass. Ich würde jetzt einen Header geben. Das ist krass. Das wäre der erste Header in TTT für dich, oder? Nein. Echt keine Munition. Ich erinnere nur an meinen geilen Ace. Doch, Pistolen. An meinen geiles Ace. Alles nur mit One-Click. Naja, alles. 10.000 Watt-Clicks. Also Pistolen-Munition gibt es massenhaft. Äh, ich glaube, Header hat... Wo kann ich nochmal sprayen? Geil, ne? Geil, ne? Guck mal, Header hat das... G, wie gut. Gleich draufballern. Scheiß Bild. LOL, ich habe hier in dem Durchgang auf dem Boden gesprayt und irgendwie ist das komplett nach links und rechts zerfetzt auch noch. Wo macht man nochmal die Sprays? G! Wie Gustav. Ja, nice. Nice, easy, Rippo. Aha. Hast du den gerade weggemacht, Kim? Ja, deswegen habe ich ihn auch identifiziert, ist klar. Ja, ja, das machst du doch gern. Na gut, dann ist... Hm, hm, wann das denn? Bolle. Dann ist es Patrick. Ich? Wieso? Ja. Oh, oh. Ah, das ist Kim. Boah. Kriegen Herzinfarkt, ey. Ja. Ja, perfekt. Nein, 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 nein. So. Ähm, ja, gut. Du hast jetzt einfach gar keinen mehr. Ja, das ist gar nicht mehr so schlecht, aber ich bin's nicht. Ja, das stört mich ja nicht, dass du es nicht bist, aber ich brauchst du trotzdem keinem. Bleckgestalt ist bei mir. Er schießt auf mich. Bleckgestalt ist. Äh, nein. Warte mal. Danke. Nein! Danke, ich bin, dass du gewartet hast. Du bist nur hergekommen, ey. Bolle, das war scheiße. Mit einer Taube? Ja. Kannst du denn nicht was besseres benutzen? Ich musste dich schnell wegmachen. Die Waffe, die ich hatte, ist dafür scheiße. Hat man vielleicht an Markus erkannt. Das war lustig. Ich habe nur noch die Taube gehört und auf einmal boh. Ja, war gut. Ich habe ja gesagt, ich musste dich schnell wegmachen. Oh, shit. Ich weiß immer noch nicht, wo man die Taube findet im Trader-Shop. Ja, die sieht ein bisschen anders aus als die Taube. Eigentlich nicht. Das geht eigentlich. Ich hatte ja, I-Touch, guck mal gleich, nachher ist es so wie so ein Wirbel, wenn sie das aus. Wie ein Wirbel. Sind halt so quasi vier Tauben hintereinander weg. Du glaub ich's noch nie gesehen. Au, der Reiter hab ich angegriffen. Oh, hallo. Komm hier nicht mehr raus? Weiß nicht, kennst du das, I-Touch, wenn du Bilder machst? Mit ne schlechten Kamera von Sachen, die sich schnell bewegen? Äh, ja. Diese Verzerrung, so sieht das aus. Bloß mit ner Taube halt. Alles klar, Kim. Bloß mit ner Taube halt. Das ist alles klar, Kim? Du konntest es grad sehr detailliert beschreiben. Ey, ich hab die Dual Elites. Cool. Hey, wer ist das? Uh, G-Touch. Nein, ne, ein Plegestalter. Ich will, ich hab ne neue Waffe, ey. Ich will die an dir ausprobieren. Ich weiß noch, weil sie auch schon laut probieren an mir. Was würd ich? Ich würd gar nicht sagen. Ja, ja, ja. Nee, nee, Späßchen. Ey, der Plegestalter ist so richtiger Schauspieler. Schlechter noch dazu? Hey, Moment mal. Ja, was? ich bin schon zehn kilometer weit weg oder das weil wir sind die anderen ja nicht das verschwinden lassen das ist die jagen sagt er hat verschwinden lassen wer könnte es gewesen sein du darfst nicht mehr reden der red noch ziemlich lebendig herum nein das ist nur mein geist das ist so ein bisschen joggen muss ja nicht sein was machst du denn ich befolge mich die ganze zeit merkst du das nicht ich hätte nicht so schön machen können ja warum hast du das nicht gemacht ja weil ich kann kein trinkender alter diese waffe hat gar keinen song da müsste man dich ja als bluten nimmer sind bezeichnen ja ja hashtag unrealistik hashtag never trust the game teddy oder was genau trau niemals einem teddy bear das ist die waffe jetzt ich bin heute echt am rumschleichen ehe und keiner bemerkt mich ist doch geil hast du es gegen reifen ja alles klar warum verfolgst du mich hast du was gegen plägestalt gegen plägestalt vor allem leute ich bin mir nicht ganz sicher aber ich glaube ich habe bei marcus gerade eine taube oder so gesehen ja ich habe ich habe eine aris strike oder wie der herr ist die der hand ich weiß nicht du hast gerade eben durchgewechselt deswegen und ich dachte ich meine ich hätte eine gesehen ich habe überhaupt nicht zurückgewechselt ich bin die ganze zeit auf der waffe ja 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 dann trust ihm einfach nicht mehr und gut ist mach ich ja nicht ich truste keinen von euch ich habe alles durchswitchen wer mich sieht bitteschön hier ich wünsche mal alles durch ach ne warte mal spring ich hier als tractor aris und den melon launcher genau pistole nichts auffälliges ich weiß gar nicht was ihr habt ja wir sehen neuer toxik gang habe ich auch drin die gibt es ja gar nicht im spiel also gibt es schon aber habe ich glaube ich gar nicht auf dem server drauf das ist auch ein detective item boah der hat noch richtig geilen sound nämlich gar keinen hmmm diese map hat keine guten waffen ja ich wollte nur müde sicher gehen ne ne alles gut alles tippitoppi die waffen fertig fällt wie war das ich glaube wie das display gestalten ist es braucht einfach wieder zu lang ich schieß mal durch die luft das heißt du brauchst wieder so lang meistens wenn es zu lang braucht es ist das ist aber wirklich so zu 80 prozent das ist dann echt bolle deswegen habe ich mich auch in eine ecke eingekämpft und alles ist gut warning you appear also immer dieses eingekämpft du bist ein peer ich wurde als afk angezeigt deswegen ich will fast ich will fast raus ich will fast raus ja hätte ich mich nicht auf die seite bewegt wäre ich sicher tot gewesen so ein scheiß ja mich gibt's jetzt hilfe geht's dir zurück naja erstmal erstmal dass ich hier jetzt aber das war schon gut du hattest warten immerhin du machst fortschritte ja ich denke auch ja das ist wirklich so achso runter in den Minen soll man nicht gehen ich schwere wäre gut wenn nicht gehen ne dann wird's zu heavy hier ja ok bin schon wieder draus ey ne chris weg doch nicht schlecht boah die hätte ich jetzt auch gern die hab ich vorhin gesehen hab ich getrost liegen gelassen ich hab halt nur du kannst sie haben ich hab sie nicht genommen geil ich will naja pass auf da ist bestimmt ne falle ja oh kann man kann man waffen es gibt doch so nen propxploder kann man waffen damit ja aber propxploder ist scheiße das wär schon geil so ne waffe so ne ganz normale waffe damit zu infizieren sag ich jetzt einfach mal das wär richtig cool und dann geht einer hin und denkt oh cool ne waffe die nehm ich boom ja will den magnetostick dankeschön yay was da liegt ein magnetostick das ist bestimmt ne falle das ist der propxploder oh da ist die weg doch nice danke dankeschön ich mach mal wieder die Tür zu du hast doch gar nichts gemacht du spasti du hast gar nichts gemacht du Idiot du spast alter also ich merke schon das Aggressionslevel steigt ja passend zur Bundestagswahl hehehe oh ne nicht schon wieder die Spackos hehehe jetzt muss ich schon wieder wählen den mal die salitären Leute hier hehehe 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 ich mag die nicht hehehe die bourgeoisie hehehe ja hehehe schnädelwurz schnädelwurz naja jetzt halt hmmm jetzt wird so lange nehmen hier hehehe 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 schnädelwurz schnädelwurz naja jetzt halt jetzt wird so lange nehmen hier hä warum hehehe 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 was warum wolltest du äh warum wolltest du äh warum wollte ich was nur abgeaimt alter du bist mir da ein bisschen ach ach ich hab dich abgeaimt alter mehr nicht abgeaimt na toll was soll das denn sein jetzt wurde ich abgeaimt jetzt kann ich nicht mehr spüren wie sich das schon anhört jetzt hab ich keinen aim mehr oh nein ein sich bewegender Reifen Markus jaaa mach keinen Mist mach keinen Mist das wurde der helfe mach keinen scheiß alter ich bin immer brav ey der Reifen hat mir schon wieder schaden gemacht so ein blöder Reifen kann man nicht hier auf den Leerköfen steigen man kommt nicht hoch und schnappen es ist pure Langeweile la 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 ist Patrick jetzt tot oder was war das ja Patrick ist tot Kim ist es toll ey nein Kim ist es nicht aber hundertprozentig ist es Kim Kim ist es nicht Toll den nächsten den ich seh den nie dich einfach um lol, das ist aber mega random ja, das war das coole das was Bolle sonst immer macht das ist ein Zeitspitalgebiet random Bolle ja, ok, das ist auch oder Bolle stellt sich einfach tot macht er ja auch wie so ne Katze so ähnlich wie ne Katze so wird er sich anhören hat denn jemand seine Leiche gesehen irgendwo? ne du hast sie gut versteckt ja ne, ne, ich denke nicht noch ich hätte dann einfach ne Melone in die Leiche geplantet ok, was ist da jetzt passiert? Markus? irgendjemand wollte mich umbringen Kim? Markus? ok, alles gut das stimmt gar nicht, oh scheiße da ist keine Munition drin bei den Häusern unten oh scheiße love, wir nehmen die Beine in die Hand oh scheiße, ich hab keine Munition mehr hört auf zum Cheaten oh, was? oh komm wer hat sich gemacht? Kim ah unfassbar ich sag's auch hier wurde ne Taube und in dem Moment bam die haben gar nichts gehört von der Taube ja, die ist direkt hinter mir ich hab sie gehört wie sie losgeschickt wurde und denke, hä? ok, das wird sauweit weg gewesen seit dem Moment bam weitschlein aber das ist ja blöd ey, wie bist denn du da hochgekommen? ganz einfach da kannst du ja genau, ganz einfach nein sorry, jetzt hast du nur die dumme Lokomotive ja, geht mir auch so Lok, Lok, Lokomotive ne, die war fest nicht gut also hier liegt ne Lokomotive mit viel Munition rum bei den Häusern unten shoot als jemand Interesse hat ah, ne, kann ich danke weil ich ist da unten ja noch ne Chris Vector da nehme ich die eine, was? mich hat's nur gewundert, dass du nicht getroffen wurdest hast du so einen Radar, Markus? ja, ja musst du ja haben, ne? sah gut aus wie er so außen rumgeschlichtet ist ja, ne? ja, wo ist denn? ich dachte mir, das reicht eigentlich aber, ja ich weiß nicht, du hättest vielleicht ausprobieren können das Fenster da aufzuschießen ja, aber dann wär's ja mega auffällig gewesen naja, macht doch keinen Unterschied, oder? naja, im Endeffekt hat's dann eigentlich keinen Unterschied mehr gemacht die Explosion war dann auch nicht mehr so so der Grabiende bis ich das erst mal gecheckt hab was war das? Moment mal hat er gerade eh mal versucht mich umzubringen? das ist ja Markus, der kommt immer hinter irgendwelchen Heuballen raus plötzlich und jetzt steht der hinter dir äh, das ist der geile ne, aber ich dachte mir, das reicht eigentlich also durch den Kollektoralschaden oder so, dass du dann stirbst aber, ja ja, also das Fenster kann man aufschießen weiter, usch! ja was machst du da? was mach ich? warum verfolgst du mich? das war ja mal selten blöd, Alter ich hab dir einen Header gegeben und dann wollte die Taube nehmen und Bolle machen Alter, ein Touch mit der Lok einfach so BAM! Markus, komm da raus! das war eigentlich so eindeutig Markus, komm da raus! das ist echt scheiße! was willst du von mir? die Lokomotive ist auch einfach Müll! das ist spitze! aber Kim hast du mit dem 1A-Header weggemacht? na, ich mein, wenn du halt 50cm vorne dran stehst, ist kein Wunder ja, das war trotzdem nicht schlecht vor allem, wie sich Kim einfach versteckt hat, ey ich guck ihn so an, denk mir nix dabei und plötzlich BAM! weg ist Kim! ok? einfach so? einfach so? komisch! da haben wir dann Spanferkel dabei, zufällig hier ist ein geiler Grill Grill? 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 geiler Grill! geiler Grill! wieso ist der geil? da ist der Kim! wer weiß ich nicht gg gg-grill 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 sie hat denn die Bullshit keinen Sound bei mir ja ich weiß nicht, die shoot die auch nicht die Ara Strike hat auch keine keinen Sound ich will da runterlaufen das geht nicht ich verfolge dich jetzt ja toll dann weiß ich wer jetzt wer hier schieße ok das wärs random das ist mir egal du verfolgst mich das ist schon mal auffällig grund genug er hat mich erschossen aua aua erschossen aua aua gut dass du da noch reden kannst aua aua das ist mein geist das ist der geist der alten Zeiten war ne 10 ich glaub das war ein Headshot alter 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 ja oh wie süß da hat er Angst um mich ja ja vor allem weil da noch ein Schuss kam wie hoch zusammengeflogen ist oh hallo ja boah was war das denn hallo alter oh hallo alter geh mal da weg ne das ist gefährlich der GameTady war hier er entdeckt dieses Gewehr oh Kim hallöchen hallo was hast du nur in der Hand ne häckler Koch ah ja ok was gibts zu essen was gibts zu essen nicht Hackfleisch und ko hey Kim was soll das ey was was soll das ah ne das war der Markus Markus was soll das was was denn und warum sprichst du dein Logo quasi zweimal einmal das ist doch unfair oh da hat das was losgegangen ha da brauchen wir jetzt nicht was passieren ha wenn du das jetzt noch einmal machst erschieß ich dich ja alles klar er ist also Traitor alles klar er schießt auf mich ich hab dir gesagt ich mach dich Blinkstatt ist es so Bolle ist es nein ich bin's nicht alter nein ich hab ihn gedroht ich hab gesagt ich übers äh wenn er das übersbringt dann mach dich ich nage nicht weg dann bist du alleine gegen Kim oder Kim ist alleine gegen dich also Fakt ist ihr seid beide alleine du bist es doch komm ich bin es nicht warum schießt du mich dann an warte mal hier ist ein Mannhacks oh fuck Kim ist es ich rette dich high touch ich glaub du warst nein genau ich meinte der Phase in der ich auf Markus geschossen hab oder auf dich ich hab ihn Problem ist das ist nur einer von vielen und ich hab nur noch 5 Schuss 5 Schuss nur 5 Schuss nur das ist mindestens kein Mannhack aber der kam von hier hinten oder? ja genau lass den mit 14 HP vorgehen der stirbt sowieso wir haben auch noch 63 das Problem ist er hat nur einen Mannhack gezündet aber das hat nichts zu bedeuten da kommen noch ganz viele da 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 ich hör doch schon was sehr gut hä du machst sie alle weg so jetzt habe ich noch genau 7 Schuss ich 5 brecheisen ich geh nochmal einen das ist gefährlich ich in hätte ich auch gehabt wir werden beschossen hab ich das Gefühl oh ja du bist tot ja du bist tot ich hab noch nicht ruhig gesehen von wo Bolle komm nochmal her und sag mal von wo du erschossen wurdest das ist doch scheiße Kim Ansichtssache ja du musst mich holen also komm raus halt die Klappe Bolle du bist tot meine Waffe hat noch Munition meine doch auch mal ein bisschen andere Taktik hier machen sind jetzt alle Mannhacks weg? ich weiß nicht oh fuck so das wars echt? das war ein Trottel oh fuck nein nein ich lass weg eisen ach nein schade Alter aber meine Waffe hatte noch Munition Alter du bist drüber gelaufen ja Alter meine doch genauso warum rätst du dann weg? das war lustig oh Alter was für ne geile Runde ja und mit dieser geilen Runde würde ich mal sagen warst du das für heute lasst uns ein Abo und ein Like da wenn euch das gefallen hat und guckt auch gerne bei Playgestalt vorbei der ist unten in der Infobox verlinkt wie jedes Mal und wie ich euch sagen sehen wir uns das nächste Mal haut rein bla 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 schich euer GameTeddy ciao adieu tschüss mit dem mit dem mit dem mit dem